Hallo meine Damen und Herren auf dem Kanal, auf der ganzen YouTube-Landschaft und Leute, ich muss euch was erzählen. Und zwar, ich bin so am Computer, hier mit der Maus, scroll so durch, durch diesen Applaus und seh so, hä, vor genau einem Monat haben wir so eine Prank-Compilation hochgeladen. Guck so, scroll so weiter, seh so diese Views. Leute, viel zu stark, das ist nach einem Monat das stärkste Video auf dem stärksten Zweitkanal in ganz Deutschland. Einen Applaus, deshalb als Dankeschön haben wir einen zweiten Teil für euch da draußen gedreht. Und Leute, bevor ich euch jetzt viel Spaß wünsche, ich würde mal sagen, weil das das stärkste Video auf dem Kanal ist, lasst einen Daumen hoch da und nicht nur einen, wir sagen jetzt einfach, ich glaube aber, ihr schafft das trotzdem. Wir sagen einfach, bei 200.000 Likes machen wir Teil 3. Also, ich glaube echt, ihr schafft das. Ja, mal schauen. Leute, danke für den Support, wir wünschen euch viel Spaß bei dem zweiten Teil der Prank-Compilation. Wo ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich bin einig. Ich hab mich da noch nicht getan. Ich hab mich da noch nicht getan. Die hören sich das an. Hahahaha! Shit! Yo! Ich hab Wichser! Das wischt euch! Ich hab das keinen Herrn gesehen. Lasst ihr einen guten honorable Held? Das hat hier an mir und etwas zu sehen. Ich hab uns immer wieder bigger, außer dass ich was libred. Es sei mir vor sich nicht님 wie aus, denn das ist False. What the fuck? Das war Teil Nummer 2 und wir hoffen natürlich es hat euch gefallen Leute und an dieser Stelle ich kann es nicht oft genug sagen viele kriegen das ja gar nicht mit was so hinter diesen Kulissen passiert aber wir gucken die letzten Tage auf dieses Wachstum von ApeCramTV und das ist echt abnormal 10.000 Abonnenten am Tag das ist ein Viertelfußballstadion jeden Tag das ist wirklich heftig wir wollen euch einfach Danke sagen das macht mega Bock durch diesen krassen Support zurzeit falls das hier gerade jemand sieht der diesen Kanal noch gar nicht abonniert hat wir würden uns natürlich freuen könnt ihr da unten machen wenn ihr Bock habt und denkt an Teil 3 200.000 Likes Leute macht es gut an diesem Tag Liebe Freunde